Wir sind in Nordrhein-Westfalen in der Stadt Bochum. Unser Team war in einer Kita zu Besuch, wo fast ein Drittel der Kinder einen Migrationshintergrund hat. Die Kinder sind aus 15 verschiedenen Ländern nach Deutschland gekommen. In dieser Gruppe spielen Kinder zusammen, deren Muttersprache nicht die deutsche Sprache ist. Die Kita-Leiterin hat sie unserem Team vorgestellt. Bei diesen Kindern wird zu Hause Türkisch, Arabisch, Kurdisch oder Urdu gesprochen. Die deutsche Sprache lernen sie erst in der Kita kennen. In dieser Institution vertreten die Kinder 15 verschiedene Nationalitäten, beherrschen also als Muttersprache ebenso viele verschiedene Sprachen, sagte die Kita-Leiterin. Birgit Pickert hat gleichzeitig betont, sie bemühen sich aber kontinuierlich darum, dass die Kinder bei der Kommunikation miteinander nicht so viele verschiedene Sprachen benutzen, sondern in Deutsch kommunizieren. Das ist nicht immer so ganz einfach, weil wir oftmals die erste Institution sind, die sie kennenlernen und für die Familien, für die Kinder und Erwachsenen alles fremd ist. Bei der Kommunikation mit den Kindern oder mit ihren Eltern ist oft eine Dolmetscherin behilflich. Vor anderthalb Jahren hat man hier eine arabischsprachige Betreuerin angestellt. Sie ist vor mehr als 20 Jahren aus Marokko nach Deutschland gekommen. Schwierigkeiten habe ich, sage ich mal, wenn vielleicht ein Kind kein Arabisch spricht, dann versucht man trotzdem mit Händen und Füßen und so die Eltern und die Kinder alles zu erklären, aber klappt. Sagte die Betreuerin. Sie hat auch darüber gesprochen, dass die Kinder oft traumatisiert in Europa in einer völlig anderen Kultur ankommen. In der Kita wird sowohl auf die religiösen als auch auf die kulturellen Unterschiede der Kinder aufgepasst. Die sind nach Meinung der Kita-Leitung nicht immer leicht zu überbrücken. Hier in der katholischen Einrichtung wird aber auch betont, dass hier eine Willkommenskultur vertreten wird. Man möchte also die Gewohnheiten der Migrantenkinder richtig kennenlernen und akzeptieren. Es gibt Kitas, wo der Anteil der muslimischen Kinder sehr hoch ist. Da wird zum Beispiel zum Mittag gar kein Schweinefleisch angeboten, sagte die Gebietsleiterin. Barbara Wagner fügte aber hinzu. Ihrer Meinung nach gibt es aber auch Grenzen, die akzeptiert werden müssen. Also wir haben in einer anderen Einrichtung, das ist ja häufiger, dass wir Muslime in Kitas haben. Und wir haben manchmal Muslime, die sagen, nicht nur kein Schweinefleisch und keine Produkte von Schweinen, sondern es muss halal sein, also es muss den Gesetzen entsprechen. Und das können wir nicht. Sagte Barbara Wagner. Es gibt auch Kitas, wo der Migrantenanteil noch höher ist. Zum Beispiel solche, wo die Hälfte der Kinder nicht aus einer deutschen Familie stammt. Sie vertreten andere, 21 verschiedene Nationalitäten. Es gibt auch Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, aber schon in Deutschland zur Welt gekommen sind. Die Mitarbeiter der Kita sind sich aber einig, die größten Probleme können Familien bereiten, die ihre Kinder nicht in eine Kita bringen. Da besteht die Gefahr, dass sie ausgegrenzt leben und sogenannte parallele Gesellschaften bilden werden.